Ich glaube, es sieht mich aus. Everyone's talking about the great victory over Mehrunes Dagon! I can hardly believe that the great oblivion crisis is over! What great news! Safe travel! Na, schön aufpassen. Aber sie geht gar nicht in die Richtung, glaub ich, ne? Boah, Verperlung, sorry! Was war das hier überhaupt? Hm. Moment, ich glaube, ich werde erst mal... ... eine bestimmte... ja, da. Da haben wir ja Sneak und so ein bisschen... ... ein bisschen höher, das heißt, da haben wir vielleicht... jawohl, wir sehen es auch gerade schon. Da haben wir mehr Möglichkeiten, uns hier ungesehen zu bewegen. Also einen höheren Sneak-Skill und ähnliches. Ja, kaum mehr wenigstens. He, he, he... ... uppassen. Na? Ah, ich wollte gerade sagen, geht er, oh. Da müsste ich aber noch umgucken. Was ist denn vor, verdammt? Oh, ruft mal RTL an, hier passiert gerade was. Nämlich gar... Oh, gar nichts. Hä? Ah, gut. Das ist wirklich so ein bisschen... wie eine Ausgabe von Mitten im Leben, oder? Keine Sorge, falls hier irgendjemand unterwegs ist, keine Sorge, ne? Ich hab Haltungsschäden. Ich bin der jünger Bruder von Glückner von Notre Dame. Das ist ganz normal, dass ich so laufe. Alles cool. Ja, ein bisschen... Ist das nicht hier das Haus? Ja. Umdrehen! Ah, 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 hat sie mich gehört? Das ist ihr Komplizier oder so? Ich höre gerade nichts, weil ich jetzt sound ziemlich leise ab. Ja, das sieht aber schon suspekt aus, ne? Au, au, au. Ah? Ich wollte gerade sagen, hat sie bezahlt, oder was? Au, 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 au. Ist das nicht das Haus hier? Oder das hier? Das andere, das hier, glaube ich. Springen! Junge, achso, ja, falscher Button. Na, doch, meinst. Ah! Keine Sorge, hier folgt schon niemand. Schon wieder der Fa... Geh da hinten hin, verdammt! Hm, ist das jetzt Wiederholung, oder was ist hier los? Moment, ich bin schlau diesmal. Ich hoffe einfach mal, dass er dann hier lang geht. Falsche Richtung, verdammt! Moment, ich mach das anders. Und zwar... Muss die ja theoretisch irgendwann hier hinkommen. Die Frage ist eben nur, wann. Und ich wollte gerade sagen, dann kann ich da ja mal resten. Warum habe ich denn hier Legs? Ganz komisch. Jetzt müsste sie ja theoretisch umdrehen und... ...wieder hier lang gehen. Japp. Schauen wir mal vielleicht... Wer sieht mich denn? Sie geht halt immer in die falsche Richtung, ey. Also hier war das... Hier muss sie theoretisch irgendwann hinkommen. Ja. Moment, sie geht wieder zurück. Ah! Okay. Jetzt ver... Ja! 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 Brav! Okay. Gut aufpassen. Falsche Richtung! Shit the fuck! Oh, ja... Oh, pff! 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 Hat er es gesehen? Ja! Okay. Sie macht sich bereit. Oh! Oh! Wird sie mich niemals mitkriegen. Na? Was machst du? Na, 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 na? So, was machst du denn? Hä? Was? Was? Yes, you too. Okay. Wird sie jetzt anfangen hier MC Hammer zu tanzen oder was? Ah, hat er gesehen? Ah, boah, ist die dämlich. I've seen... Das ist ein deutlicher RTL-Zuschauer. I've seen Quill Weave leaving meat outside Arvina Tila's Haus. This must be what is attracting the Mountain Lions into town and into Arvina's basement. And that should confront Quill Weave. Machen wir. Yes. Was haben wir denn Fleisch fallen lassen? Verstehst du? I saw you outside Arvina's Haus. Ja, wir stehen auch gerade da. You what? Well, I'm sure I don't know what you're talking about. I would never go skulking about. Fine. You've got me. I figured if I left some rotten meat outside the nasty little things would come out and the Guards would take care of them. Mountain Lions. Mal gucken. Mountain Lions in her basement? I just wanted to lure her Burmin outside. I didn't mean to hurt anyone except the rats. Please, don't tell her. Yeah, that's... ...geht leider nicht. Achso. And if you can keep this our little secret, I can make it worth your while. There is a bit about acrobatics I can teach you. Give it some thought. No, no, no. Mm-mm. Mm-mm. Da gibt's das. Bye. Achso, Moment. Da, da, das... Please, don't tell... Moment. Ah, nee, das ging vorher, glaube ich, ne? Da war ja hier noch die Möglichkeit, glaube ich, die... Ähm... Upsä. Äh, sagt schon. Äh, uns hier eben, äh, zu unterrichten. Das scheint jetzt anscheinend nicht mehr zu gehen. Also, falls ihr da Interesse habt, bevor ihr die Quest macht, auf jeden Fall... Da mal an Fragen. Ähm, sie hat nichts zu tun mit ihr, oder Quillweave war's behind it? Wir sind natürlich ehrlich und sagen, sie war behind it. Ich wusste es. Das ist Witt. Oh, ich werde sie holen. Oh, ich werde sie holen. Warte mal. Es muss sich ein bisschen schnelles Gespräch haben, um sie zu verabschieden. Vielleicht kann ich dir ein bisschen mehr über die Leute zu erzählen. Und natürlich, hier ist die Payment für die Kontraste. Danke. Das ist... nicht schlecht. Geht das jetzt schon? Goodbye. Moment. Danke für all deine Hilfe. Meine Ratten haben es geprägt. Mhm. Nee, komisch, besser geht's nicht. Gut. Auch geil. So. Dann wollen wir mal. Und gucken wir mal... Achso. Ich zeige mich mal an Equipen, glaube ich. Um Equipen, ist ja das Stichwort. Nehm ich den? Nee, ich nehme meinen. Äh, wo ist er? Das hier, das... Das hier, das hier... Das, das. War, glaube ich, alles, ne? Was haben wir überhaupt denn hier? Photos for Magic, mhm. Ja, das passt eigentlich so, glaube ich. Ja. Okay. Äh, was ist... Äh, genau, ja. Mhm. Äh, Quest, hier. Nee, falsch. Äh. Was denn? Ach, stimmt, das wollte ich ja auch noch machen. Hm, kommt alles noch. Äh. Red Problem. Hier, I've told Arena tell us what Quillweave has been doing. She thanked me for my help and has paid me for the contract. She also taught me a bit about... Achso, is schon. Alles klar, gut. Hm, hm, hm. So, okay, Anvil müssen... Sind wir gerade in Anvil? Ja. Boah, sorry Verperlung. Dann können wir mal gucken, wo war hier die Fighters Guild nochmal. Dann können wir uns gleich den nächsten... gleich den nächsten Vertrag hier abholen. Achso, das war ja hier irgendwo, ne? Ja. Richtig. Wie geht's dir heute? Ja, wollen wir mal. Naja, die ersten, ähm, Aufträge habt ihr ja gesehen. Die sind noch, äh, ziemlich leicht. Müssen wir einfach mal abwarten, dass wir hier eben in die späteren Quests kommen. Die werden dann auch ein bisschen anspruchsvoller. Auch man ist ein bisschen doof natürlich, ist, wenn man demnächst schon die Mainquest durchhört. Aber naja, good evening. Achso, nee, der war's. You are the toast of Anvil, my friend. It may be only a temporary respite, but everyone feels better with that gate closed. Ja, ich meine nicht, dass wir nicht die Butterfutter vom Toast nehmen, ne? Äh, contract. Ich will need someone who is at least an apprentice for this job. Achso, äh, sicher. You've done well so far. I hereby promote you to apprentice. Ja, das ging ja leicht. Looking for more work, eh? Good. Got a contract for you. I'd like you to go talk to Norbert Lels, here in Anvil. Norbert, achso. He runs Lels quality merchandise here in Anvil. He's been having problems with break-ins, though, and he hired us to stop it. Ah, das ist ja, das ist doch schon mal er was, ne? Take care of Lels. He needs help. Was ist, oh, ah, ah, ah. Verdammt, Fallout 3-Steuerung. Ähm, das ist ja schon mal er, was, ne? Von Ratten direkt mal zu einbrechern. Das, 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 die geben sich zwar nicht viel, aber immerhin. Ähm, so. Auch. Auch. Vielen Dank.